Kommen Sie mit uns auf ein großes Abenteuer auf der Adventure of the Seas. Im Jahre 2001 ist das Schiff zum ersten Mal in See gestochen. Sie ist baugleich zu ihren Schwesterschiffen der Voyager-Klasse. Auf dem Pooldeck können Sie sich umgeben von den Weiten des Meeres in zwei großen Pools und vier Wirrpools vergnügen. Wer noch höher hinaus möchte, sollte sich einmal an der Kletterwand versuchen und sich dort die frische Meeresluft um die Nase wehen lassen. Genug von der Sonne und Lust auf etwas Frostiges? Abwechslungsreicher geht es kaum. Auf der Adventure of the Seas können Sie direkt nach dem Sonnenbad auf die Schlittschuhbahn. Shuffleboard ist die älteste Schiffssportart und wird seit Jahrhunderten auf fast allen Schiffen gespielt. Auf einer Kreuzfahrt werden Sie viel Zeit im Freien verbringen. Es gibt diverse Möglichkeiten an Decksport zu machen. Nehmen Sie zum Beispiel an einer Yogastunde teil. Das elegante Hauptrestaurant befindet sich am Heck des Schiffes. Über drei Decks erstreckt sich der Dining Room, in dem Ihnen jeden Abend eine reichhaltige Auswahl an exzellenten Köstlichkeiten serviert wird. Wasser, Kaffee, Tee und hauseigene Limonade werden Ihnen während der Mahlzeiten kostenfrei zur Verfügung gestellt. Aber auch Wein, Spirituosen oder andere Softdrinks bringt Ihnen das Servicepersonal gerne an Ihren Tisch. Stellen Sie sich genau wie im italienischen Spezialitätenrestaurant Ihr ganz individuelles Menü zusammen. Im Portofino können Sie in intimer und romantischer Atmosphäre einen grandiosen Abend erleben. Let's Dance! Jeden Abend wird Ihnen im Theater am Bug des Schiffes ein beeindruckendes Showprogramm geboten. Musicals, die Sie sonst von Broadway kennen, werden hier aufgeführt. Mit Sicherheit sind für Sie aber auch neue Darbietungen mit im Programm. Spannend bleibt es auch im Casino. Sind die Würfel gefallen, entscheiden diese über Ihr Glück. Haben Sie auf die richtigen Zahlen gesetzt oder erscheinen die korrekten Bildchen beim einarmigen Banditen? Selbst nachts haben Sie noch zahlreiche Möglichkeiten, sich an Bord zu vergnügen. Feiern Sie zum Beispiel unter freiem Himmel in den Morgen. Wenn ich Sie neugierig gemacht habe oder Sie weitere Informationen wünschen, erreichen Sie mich über unsere Webseite oder unsere kostenlose Hotline. Lassen Sie sich bei der Auswahl Ihrer persönlichen Kreuzfahrt beraten. Wir freuen uns auf Sie!